Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge auf meinem Kanal mit dabei seid. Wie ihr ja alle wisst, liegen mir ungeklärte Vermisstenfälle immer besonders am Herzen. Und ich hatte mir schon lange Zeit vorgenommen, euch den heutigen Fall einmal vorzustellen. Und ich weiß auch gar nicht, warum es so lange gedauert hat, bis ich mich dazu jetzt mal entschlossen habe, den aufzuarbeiten. Aber sei es drum, das machen wir jetzt dann ja heute. Heute möchte ich euch nämlich den ungeklärten Langzeitvermisstenfall von Annette Carolin Kaiser vorstellen. Annette ist mit 51 Jahren verschwunden, im Jahr 2011, also auch schon 13 Jahre mittlerweile her. Das Verschwinden und auch die Geschichte von Annette finde ich schon ziemlich speziell und gleichzeitig hat mich das teilweise auch sehr, sehr traurig gemacht. Annette hat damals erst einmal in Solingen alleine gelebt, in ihrem Elternhaus, das war im Jahr 2007. Sie war dafür bekannt, aus Altkleidercontainern Sachen zu entwenden und wurde da auch sogar mal von der Polizei erfasst, weil man das ja eigentlich nicht darf aus diesen Altkleidercontainern, die Sachen rausfischen, sage ich jetzt mal. Ist auch sehr gefährlich, wenn man da versucht reinzusteigen übrigens. Macht das also bitte nicht nach. Da ist letztens erst eine Frau bei gestorben. Aber sie hat nicht nur aus Altkleidercontainern Sachen entwendet, sondern sie hat auch Sperrmüll, der an der Straße stand, gerne mitgenommen. Also alles, was andere Leute im Grunde nicht mehr gebraucht haben. Das war für Annette einfach scheinbar sehr faszinierend oder wie ich das jetzt konkret nennen soll. Sie hat es aber auch geliebt, auf Flohmärkten Trödel zu kaufen. Hat da eben auch wirklich gerne, ja, alten Kram, sage ich jetzt mal, mitgenommen, den auch niemand mehr brauchte oder keine Verwendung mehr dafür hatte. Und teils haben die Zeitungen das auch als Plunder betitelt. Also das scheinen wirklich teilweise auch Sachen gewesen zu sein, die nicht mehr schön waren und die eigentlich auch für niemand mehr wirklich eine Verwendung gehabt haben. Und sie sei auch dann meistens so mit dem Rad durch den Ort gefahren und hat förmlich eben nach Dingen gesucht, die an der Straße standen. Und das Elternhaus von Annette, in dem sie ja lebte, war auch keineswegs gepflegt oder aufgeräumt. Im Garten sowie auch im Haus selber soll es schon fast messihaft ausgesehen haben. Da stand alles voller Trödel, also alles von den Dingen voll, die Annette irgendwo eben aufgegabelt hatte. Und wie gesagt, was eben keiner mehr so richtig haben wollte. Damit stand das Haus von Annette voll. Man könnte nun meinen, vielleicht hat Annette selbst nicht viel Geld gehabt und hat sich deswegen teils auch aus Containern bedient. Aber dem war nicht so. Annette soll es finanziell recht gut gegangen sein. Zumindest nicht so schlecht, dass sie das nötig gehabt hätte. Also sie war jetzt nicht Millionärin, aber sie war jetzt auch nicht bettelarm, dass sie, sag ich mal, keine Ahnung, 400 Euro im Monat zum Leben gehabt hat. Wie auch immer man das jetzt definieren will, was viel ist oder wenig. Auf jeden Fall hatte sie aber genug, dass sie nicht aus Kleidercontainern klauen musste. Und sie war vom Typ her auch eine mit 1,61m recht kleine Frau. Schlank soll sie gewesen sein. Sehr zurückhaltend und fast schon schreckhaft sehr vorsichtig gegenüber Menschen. Auch war es ihr sehr wichtig, dass niemand ihre Sachen beschädigt. Also diesen Trödel, sag ich jetzt mal, den sie zu Hause hatte. Das war ihr ganz wichtig, dass da niemand dran geht, dass diesen Sachen nichts passiert. Und Bekannte von Annette berichten, dass auch ihre Kindheit sehr heftig gewesen sein soll. Ihre Eltern sollen gute und angesehene Berufe gehabt haben, gut verdient haben. Aber Annette wurde nicht gut von ihren Eltern behandelt. Sie wurde geprügelt und eingegriffen, schien da niemand zu haben, obwohl es einige Leute wohl auch gewusst haben, was da im Hause vor sich ging. Ich denke, dass solch ein fast schon krankhaftes Einlagern von Sachen, die niemand mehr benötigt hat, sicherlich auch in der Kindheit begründet liegen könnte. Ob Annette einem Beruf nachgegangen ist, übrigens nicht bekannt. Ich gehe zumindest aber zum damaligen Zeitpunkt nicht davon aus, da sonst so die weitere Planung in ihrem Leben auch so hätte gar nicht stattfinden können. Im Jahr 2007 bekam auch ein Unternehmer einen Tipp von einem Bekannten, dass Annette ihr Elternhaus verkaufen wolle. Der Unternehmer wollte Annettes Elternhaus für seinen Sohn kaufen. Und beim Betreten des Hauses war allen Beteiligten klar, dass das extrem viel Arbeit bedeuten würde, dieses Haus wieder in einen vernünftigen Zustand zu bringen, zu sanieren und vor allem auch freizuräumen. Annette wollte damals wohl noch 180.000 Euro für ihr Elternhaus haben. Also dafür sollte es verkauft werden, wenn es nach ihr gegangen wäre. Letztendlich hat man sich aber wohl auf einen Preis von 150.000 geeinigt. Aber nach dem Hausverkauf sortierte Annette nicht etwa den Trödel aus, nein, der sollte eingelagert werden. Am 5. Mai 2008 gibt Annette ihr Elternhaus ab. Sie macht noch ein Foto mit einem letzten Gruß am Haus für den neuen Besitzern. Entsprechendes Foto füge ich euch mal bei YouTube ein, stelle das aber auch zusätzlich noch auf Instagram. Finde ich eigentlich eine richtig süße Geste von ihr. Sie wirkt ja auch glücklich auf dem Bild. Ob sie das wirklich war, kann man jetzt nicht so beurteilen. Sie hatte sich jetzt auch erstmal vorgenommen, nachdem das Haus dann abgegeben war, nach Spanien zu reisen. Dort hatte sie auch noch ein Haus, wo Sachen lagerten. Und sie reiste nach dem Verkauf des Elternhauses generell erstmal, dadurch, dass sie ja auch Geld eingenommen hatte, viel durch Europa. Ein Neuanfang, so wie Annette sich diesen im Ausland vorstellte, gelang ihr aber nicht. Auch fand sie erstmal keinen Platz für ihre Container, die einige Zeit am Binnenhafen standen. Also das waren richtig große Container, die wie gesagt erstmal am Binnenhafen standen, später woanders. Dazu kommen wir gleich noch. Aber da merkt man mal, wie viel Zeug Annette wirklich auch gehabt hat. Ich meine, jeder hat ja auch einen gewissen Haushalt, sage ich mal. Aber dass man da einige Container von voll bekommt, das ist, denke ich mal, schon eher nicht die Regel. Zwei Jahre später hat Annette auch intensiv in Deutschland nach einem Grundstück für ihre Container gesucht. Und nach einer neuen Bleibe, wo sie eben auch dann wirklich wohnen könnte. Sie mietete nämlich erstmal davor wohl eine Lagerhalle, um mal ihre Sachen auch irgendwo lassen zu können, plus eben diese Container. Aber eine Dauerlösung war das wohl nicht. Auch wurde klar, dass Annette sehr leichtsinnig gewesen ist. Wie Bekannte nämlich später berichten, lagerte sie in dieser Halle auch Bargeld. Über 150.000 Euro sollen auch dort gelagert gewesen sein. Da sie nun ein neues Haus und Grundstück im Auge hatte, wollte sie diese extrem hohe Summe für das neue Haus dem Notar in Bar übergeben. Wie auch bekannt wurde, erbte Annette insgesamt drei Häuser. Daher hatte sie nicht nur auf der Bank Geld, sondern eben auch hohe Summen in Bar. Sie sagte immer, man sehe ihr ja nicht an, dass sie viel Geld habe. Und generell soll Annette auch immer in Bar gezahlt haben. Ich denke, wenn man eine Lagerhalle voller alten Trödel hat, den vermutlich viele längst weggeschmissen hätten, würde man auch nicht unbedingt meinen, dass dort solch hohe Bargeldsummen zu finden sind. Sie soll aber wohl auch teilweise in dieser Lagerhalle übernachtet haben. Also die angemietet haben, aber wohl auch das erstmal zum Schlafen genutzt haben. Weil ich glaube, sie hatte erstmal keine andere Wohnung oder ein Haus im Umkreis. Schlussendlich kaufte sich Annette dann aber ein Haus in Morsbach-Steimelhagen, ein bisschen weiter weg von Solingen. Auf dem Grundstück des Hauses stehen heute die Überseekontainer, in denen sie ja zuvor am Düsseldorfer Binnenhafen die Sachen lagerte. Und auch im Haus selbst steht Trödel. Richtig eingezogen ist Annette dort aber nie. 2011 kaufte sie das ältere Haus, hatte aber dann erstmal vor, wieder nach Spanien zu fahren. Genauer gesagt in die Stadt Jerez de la Frontera in Andalusien. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte steinigt mich nicht. Ein Bekannter suchte ihr extra eine Route raus, die ohne Autobahn gewesen sein soll. Da braucht man natürlich auch dementsprechend sehr viel länger, bis man dann dort ankommt. Aber das wollte Annette wohl nicht so gerne. Sie hatte vielleicht Angst auf der Autobahn. Und da Annette eben dann ein Auto gebraucht hat, was sie wohl damals auch nicht wirklich besessen hat, zumindest ist darüber nichts bekannt, besorgte ein Bekannter ihr einen ausgemusterten Ford Transit aus Norddeutschland, der vorher dem technischen Hilfswerk gehörte. Die hinteren Sitze wurden ausgebaut. Der Ford Transit trug damals das Kennzeichen SGAD 895. Damit wollte sie die Sachen, die in Spanien lagerten, abholen, um sie im neuen Haus zu lagern. Das aber wohl auch nur als Lagerstätte dienen soll. Annette soll vorgehabt haben, Deutschland komplett den Rücken zu kehren. Wenn sie wiederkommt und dann die Sachen aus Spanien in Morsbach lagern könnte, wollte sie eben weiter ins Ausland gehen. Aber es gibt nur einen Presseartikel, wo das drinsteht. Also in anderen Artikeln heißt es dann wieder, sie wollte in diesem Haus eigentlich eine langfristige Bleibe finden. Was davon jetzt stimmt, sei jetzt mal völlig offen. Am 26. August 2011 jedenfalls ist Annette dann Richtung Andalusien aufgebrochen. Ein Handy hatte sie dabei, für den Fall, dass irgendwas schieflaufen würde, oder das Fahrzeug auf der Reise einen Defekt haben könnte. Auch diesmal hatte sie wieder Bargeld dabei. Das sollen 3.000 Euro gewesen sein. Sie plante aber ein, am 7. September 2011 bereits zurück nach Deutschland zu kommen, da sie den alljährlichen Zöpkesmarkt in Solingen nicht verpassen wollte. Dort gab es nämlich nicht nur Fahrgeschäfte und leckeres Essen, sondern auch einen Flohmarkt. Der Zöpkesmarkt fand 2011 vom 9. bis 12. September statt. Dort tauchte Annette dann aber auch nicht auf und sie wurde erst einige Zeit später vermisst gemeldet. Genauer gesagt am 18. November 2011, also circa zwei Monate nach dem Verschwinden. Angehörige gibt es wohl keine, nur Bekannte und wenige Freunde. Die waren es auch, die sich schließlich vermisst meldeten. Der Zöpkesmarkt war ihr aber sehr wichtig, sodass man davon ausgeht, sie wäre dann schon wieder zurück nach Deutschland gekommen. Auch das Handy von Annette ist dauerhaft ausgeschaltet und es gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von ihr. Ihre Bankkonten blieben seit August 2011 genauso unberührt. Wenn man nun natürlich alleine ins Ausland fährt, sind auch 3.000 Euro irgendwann aufgebraucht, denke ich. Und Annette hatte ja Geld und dass ihr Konto nicht mehr berührt wurde seitdem, finde ich schon ein sehr ungutes Zeichen. Die Ermittler beschlossen später auch, das neu erworbene Grundstück und Haus in Morsbach-Steimelhagen zu durchsuchen. Sie öffneten die vier Überseekontainer von rund 66 Kubikmeter, aber bis auf die eingelagerten Sachen fand sich dort nichts, was auf ein Verbrechen oder den Verbleib schließen lassen könnte. Das Haus wurde auch 2014 mit Leichenspürhunden durchsucht, auch die Suche verlief ergebnislos. Im neuen Heim also scheint Annette nichts passiert zu sein. Aus dem Container quellen Kleidungsstücke heraus, seit dem Verschwinden von Annette verfällt das blau vertiefelte Haus samt dem großen Grundstück. Im Keller sind Möbel, weitere Kleidungsstücke und Haushaltsgegenstände zu sehen. Vermutlich zuletzt von Annette im August 2011 angefasst. In Morsbach wird das Haus nur das Geisterhaus genannt. Niemand kennt die Besitzerin so wirklich im Ort. Zudem liegen teils alte Zeitungen im Zeitungshalter. Man merkt, dass dort schon lange einfach niemand mehr wohnt. Auch Rechnungen stapeln sich im Briefkasten. Natürlich prüften die Ermittler auch, ob sie jemals in Spanien angekommen ist. Auch eine Handyortung verlief ergebnislos. Zumindest in Andalusien, in Jerez de la Frontera, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, ist sie im August 2011 nicht angekommen. Auch an ihrer dortigen Adresse war niemand anzutreffen. Die Ermittlungen der spanischen Behörden verliefen ins Leere. Die Ermittler der Kripo in Wuppertal haben sich dann dazu entschieden, den Vermisstenfall von Annette Carolin Kaiser im Mai 2016 bei Aktenzeichen XY ungelöst zu präsentieren. Auch dort erklärte der Ermittler noch einmal, weshalb man nun an die Öffentlichkeit gehen möchte und nicht von einem gewöhnlichen Vermisstenfall ausgehe, in dem sich Annette vielleicht ein schönes Leben macht im Ausland und alles gut sei. Sie freute sich ja auf ihre Zukunft hier in Deutschland im neuen Haus. Der Zöpkesmarkt war ihr wichtig. Ich denke, gerade weil sie so leidenschaftlich gerne ja Trödel gesammelt hat, hat vermutlich so ein Flohmarkt, der ja auch nur jährlich stattfindet, noch mal eine andere Bedeutung für Annette gehabt, wie vielleicht für manch andere Leute. Auch dass es ja keinerlei Kontobewegungen mehr gab und sie nicht mehr erreichbar gewesen ist seitdem, stimmt schon nachdenklich. EU-weit wird mittlerweile nach ihr gefahndet und dem Vortransit, der nach so vielen Jahren wohl mittlerweile, denke ich mal, nicht mehr fahrbereit sein wird, schätze ich jetzt mal. In der damaligen Sendung wurde auch darauf hingewiesen, dass Annette einen grünen Thermorucksack immer bei sich getragen haben soll. Auch wurde darauf hingewiesen, dass Annette teils in der Lagerhalle, ich hatte es eben schon mal erwähnt, zur damaligen Zeit auch viel Bargeld lagerte. In Burscheid ist das übrigens gewesen, 13 Kilometer von Solingen entfernt und sie da eben, wie ich ja auch schon sagte, übernachtet haben soll, teils. Und dort wollte sie wohl, bevor es nach Spanien gehen sollte, auch noch vorbei eigentlich. Die Lagerhalle befand sich dort in einem Gewerbegebiet in der Luisenstraße 90 bis 100 in Burscheid. Die Kripo hält natürlich auch Geld für ein mögliches Motiv, wussten vielleicht so viele darüber Bescheid, dass sie so hohe Bargeldsummen teils dort lagerte oder mit sich rumtrug. Nach der Sendung 2016 bis ins Jahr 2023 erhielt die Kripo einige Hinweise aus der Bevölkerung. Da wollte zum Beispiel jemand Annette am Strand in Spanien gesehen haben. Die Frau solle dort auch wohnen. Zutreffend war diese Aussage leider nicht. Ähnliche, sehr vage Hinweise kamen immer mal wieder bei der Kripo an, zum Beispiel auch, dass sie in Süddeutschland gesehen worden sein soll. Die Polizei prüfte die Hinweise, soweit bekannt, jedes Mal, ob im Ausland oder auch im Inland. Auch erhielt sie Fotos von einer Frau am Strand in der Türkei, im Baden-Ozide. Ein anderes Foto zeigte eine schlafende Frau auf einer Bank. Es kamen also durchaus mal Hinweise rein, auch aus dem Ausland sowie Inland. Und der Fall von Annette scheint einigen immer noch so ein bisschen auf dem Schirm zu sein. Also es hat niemand noch so richtig vergessen und es wurden auch Fotos gemacht, aber es konnte dann eben letztendlich ausgeschlossen werden. Mittlerweile sei es aber ruhiger in dem Fall geworden, so die Ermittler. Ist natürlich auch klar, nach einer gewissen Zeit ebbt das irgendwann ab. Bis heute gibt es auch keine Spur zu der damals 51-Jährigen. Auch Hinweise auf ein Verbrechen haben wir in all den Jahren nicht entdeckt, sagt Hauptkommissar Stefan Weint. Es existieren zwar keine Hinweise auf ein Verbrechen, ausschließen könne man es aber auch nicht, so eine Polizeisprecherin. Genauso ist es für die Ermittler möglich, dass Annette mit dem Vortransit einen Unfall gehabt haben könnte und bis heute nicht gefunden wurde. Auch Rudi Zerne fragte in der damaligen Sendung leicht kritisch, weshalb es nicht möglich sei, dass Annette sich einfach nach Spanien abgesetzt haben könnte und jetzt glückliches Leben dort führt. Das schlossen die Ermittler allerdings aus, denn sie gehen nicht davon aus, dass Annette nicht nochmal zurück nach Deutschland gekehrt wäre. Also sie gehen schon davon aus, dass sie aus Spanien irgendwann, wenn es drei Wochen später gewesen wäre, zurückgekehrt wäre. Auf dem Handy war sie ja nicht mehr erreichbar und die für sie so wichtigen Sachen waren ja auch noch hier beziehungsweise sie wollte ja auch welche aus Spanien im neuen Haus einlagern. Auch unterscheiden sich manche Presseberichte übrigens. Mal heißt es, Annette sei in Spanien definitiv angekommen, aber nun eben quasi verschollen. Dann heißt es, man weiß nicht, ob sie jemals dort angekommen ist. Ich denke, man hätte auch sonst nicht Leichenspürhunde durch das neue Haus geschickt, wenn man sich nicht unsicher ist, ob sie überhaupt am Ziel angekommen ist und sie ist ja auch wohl in der Lagerhalle, wo sie noch hin wollte, nicht mehr aufgetaucht. Etwas widersprüchlich, damit meine ich aber keine Aussagen der Ermittler, sondern die reinen Presseberichte, die sich da unterscheiden. Und auch die Gemeinde in Morsbach-Steimelhagen fragt sich, wie es nun mit dem Haus von Annette weitergeht. Die Gemeinde setzte nämlich ein Verfahren in Gang, um diese Zeit war Annette über zwölf Jahre schon verschwunden und wollte sie für tot erklären lassen. Ob es abschließend dazu gekommen ist, liest dieser Bericht leider offen. Es gibt aber auch einen Bericht, der besagt, dass Annette nicht für tot erklärt wurde. Also ich bin mir da nicht ganz sicher und die Presseberichte, also sehr aktuelle Presseberichte darüber gibt es einfach nicht, die unterscheiden sich. Deswegen lassen wir das mal offen. Es spielt ja auch in dem Fall keine Rolle, ob sie für tot erklärt worden ist. Sie wird selbstverständlich weiter gesucht. Die Gemeinde hatte sich an das Amtsgericht übrigens in Solingen wenden müssen, da Annette Carolin Kaiser ja dort noch gemeldet gewesen ist. Sie hatte sich also noch nicht umgemeldet in das neue Haus. Und Gründe gab es für die Gemeinde auch, der zunehmende Verfall des Hauses im Morsbach, ausstehende Forderungen von Gemeindekassen, etwa die Grundsteuer zum Beispiel, die aber durch eine Fändung von Annettes Konto erst mal wohl beglichen werden konnte. Jedoch ist dieser Bericht, wo das drin stand, auch schon wieder einige Jahre her. Wenn das Konto nämlich leer ist, könnte man das Haus sogar zwangsversteigern, also wenn das Konto irgendwann wirklich auf Null ist von Annette, falls es keine Angehörigen gibt, so wie im Fall es von Annette ja aussieht, dann würde man das Haus eben irgendwann zwangsversteigern und es würde dann, glaube ich, sogar dem Staat zugute geführt werden. Wenn ihr da aber andere Infos habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht kommt ja auch jemand von euch aus Morsbach und kennt das Haus und weiß, ob es nach wie vor leer steht oder mittlerweile verkauft oder abgerissen wurde. Lasst mich das sonst gerne mal in den Kommentaren wissen. So wie ich nämlich die Medienberichte verstanden habe, ist es auch nicht unbedingt so leicht, Annette überhaupt für tot erklären zu lassen. Zwar ist das ja in den meisten Fällen nach zehn Jahren durch die Angehörigen möglich, aber ja, durch den Staat beziehungsweise die Gemeinde ist das vielleicht auch noch mal was anderes. Und sollte man den Fort Transit je auffinden können, könnte das vielleicht noch eine Spur bringen, selbst wenn die Kennzeichen getauscht worden sind, aber wie soll man dann auch davon ausgehen, dass es wirklich ein Netzwagen ist? Ja, man könnte es eben nur noch anhand der Fahrgestellnummer dann herausfinden. Wenn das allerdings mit einem Verbrechen in Verbindung steht, ob dann der Wagen jemals überhaupt noch mal auftaucht, ist eine ganz andere Frage. Ich denke nicht, dass der Wagen überhaupt noch existiert. Vielleicht hat sie auch einen Unfall damit gehabt und man findet sie irgendwann mit dem Wagen zusammen. Das hat man ja auch teils schon gehabt. Ich erinnere hier an den Fall Rosi Strohfuß, obwohl das ja Suizid gewesen ist. Aber bei ihrer Lebensgeschichte wäre für mich, also Lebensgeschichte von Annette natürlich, nicht von Rosi Strohfuß, wäre für mich so ein plötzliches Abhauen, ins Ausland absetzen, so wie sie das ja sowieso scheinbar vorgehabt hat, durchaus denkbar. Ich weiß nicht, warum das für die Ermittler so ausgeschlossen ist. Sie hatte ja scheinbar auch kein gutes Leben, auch wenn man so krankhaft Sachen ansammelt, dann stimmt ja auch irgendwas nicht, bin ich der Meinung, mit der Psyche und vielleicht wollte sie auch einfach ein neues Leben beginnen, niemand Bescheid geben und machen, was sie möchte. Obwohl das ja zu ihrem Lebensstil hier in Deutschland auch nicht wirklich passt. Ihr Leben schien ja wirklich nicht immer so rosig gewesen zu sein, aber andererseits kannten sie vielleicht auch Bekannte und Freunde besser und können das einschätzen, ob sie ihr Handy einfach so abgeschaltet hätte und sich nie wieder bei jemand gemeldet hätte. Und ich denke, die hohen Bargeldsummen waren es auch, die hier eine Rolle gespielt haben könnten, dass man eben davon ausgeht, dass ein Verbrechen vorliegt. Ob das Geld übrigens weggekommen ist, das wurde auch nirgendwo berichtet, wahrscheinlich, weil man auch gar keinen Überblick darüber hatte, wo Annett was gelagert hat und in welchen Summen oder was sie vielleicht auch ausgegeben haben könnte. Und Annett könnte ja auch eigentlich überall mit dem Auto hingefahren sein, vielleicht nicht unbedingt nach Spanien, falls sie es doch vielleicht sich anders überlegt hat, aber wo soll man sie dann finden, wo soll man suchen, ist die Frage. Nur der Vortransit, der hätte ja vielleicht irgendwo auffallen müssen. Und worüber, glaube ich, auch niemand so richtig spricht in dem Fall, ist ein möglicher Suizid. Bei der Lebensgeschichte auch nicht unbedingt unmöglich. Ich erinnere mich hier auch an den Fall von Anton Tanner, den hatte ich euch mal vorgestellt. Er ist ja auch immer noch ungeklärt aus Bayern. Er wollte sich operieren lassen im Ausland, obwohl man das hier in Deutschland auch problemlos hätte durchführen können. Hat dann die wichtigsten Sachen seinem Bekannten oder ich glaube seiner Familie übergeben, seiner Schwester und ist dann nie wieder gesehen worden. In dem Fall könnte man sich zwar auch einen Suizid vorstellen, gerade in dem Gebiet, wo Anton lebte. Ich war da selber auch mal. Ja, wenn man da verschwinden will und sich suizidieren möchte beziehungsweise Suizid begehen möchte, wird man da, glaube ich, auch nicht so schnell gefunden, wenn man das schlau anstellt. Ich will damit nur sagen, er war auch so einsam, wie Annett wahrscheinlich gewesen ist und hat sich vielleicht auch ins Ausland abgesetzt. Entweder Suizid oder wie gesagt, den Absetzen ins Ausland. Und das könnte ich mir in Annettes Fall auch durchaus vorstellen. Ein Suizid zwar eher weniger, aber man weiß ja nie, was sie wirklich für Gedanken gehabt haben könnte. Vielleicht wollte sie auch einfach an einem schönen Platz im Ausland ja, nicht mehr leben. Man weiß es nicht. Ich denke, da stehen so viele Optionen offen im Fall von Annette Carolin Kaiser. Lasst mir aber gerne mal eure Meinung zu diesem doch sehr speziellen Fall da und hört auch gerne mal in dem Fall Anton Tanner auf meinem Kanal rein und lasst mir da mal einen Kommentar da. Das würde mich auch sehr interessieren, was ihr zu diesem Fall meint. Ich persönlich bin wirklich gespannt, ob wir jemals nochmal erfahren werden, was mit Annette Carolin Kaiser passiert ist. Vielleicht taucht sie auch nach 15 Jahren auf und sagt, hey, hier bin ich. Ich habe mich jetzt erstmal so viele Jahre abgesetzt und habe alles den Rücken gekehrt und wollte mir ein schönes Leben machen. Aber sie wäre natürlich auch heute schon Ende 60. Ich weiß es nicht, was man zu diesem Fall meinen soll. Ich denke, es wird auch, wenn sie nicht hier in Deutschland ist, sehr, sehr schwer, sie überhaupt noch zu finden oder ihre sterblichen Überreste sollte sie nicht mehr am Leben sein, was ich mir natürlich nicht wünsche in meinen vermissten Fällen. Aber natürlich müsste man auch damit rechnen. So ihr Lieben, jetzt beende ich aber die heutige Folge. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu da. Bis zum nächsten Mal. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Eure Lia. Eure des albums